Hallo, heute stelle ich euch unser Clip-in-Pony vor. Unser Clip-in-Pony ist in verschiedenen Farben erhältlich. Sollte eure Farbe jetzt nicht dabei sein, beziehungsweise nicht passen, ist das gar kein Problem, weil man kann die Ponys farblich anpassen, weil sie 100% echter ist. Sprich, ihr könnt sie dunkler färben, nicht auffällen. Das empfehlen wir nicht. Beim Friseur könnt ihr auch euer Pony anpassen lassen, weil manche wollen das Pony ein bisschen voller haben, manche ein bisschen Lichter haben, je nachdem. Jeder hat andere Wunschvorstellungen. Wichtig ist beim Pony, dass ihr darauf achtet, euer Clip-in-Pony nicht ganz hinten beim Scheitel anzusetzen, sondern ungefähr hier in der Mitte. So sieht es auch natürlich aus wie ein natürliches Pony, weil kein Pony fängt ganz hinten an. In der Anbringung habe ich sogar einen kleinen Tipp für euch. Und zwar gibt es hier hinten diese Klammern. Fangt aber erst mit den unteren Klammern an. Dann fällt es ein bisschen leichter, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Genau. Ansonsten ist es richtig, einfach reinzuklipsen. Hier sind die Klammern und es hebt auch wirklich sicher. Solltet ihr das Gefühl haben, es hebt nicht einfach unten drunter ein bisschen antoppieren, mit Haarspray fixieren und nochmal rein und dann hebt es auch wirklich zu 100%. Ab und zu kann es natürlich sein, nach öfterm Tragen, dass das Pony mal ein bisschen riecht und gewaschen werden muss. Ihr könnt es ganz normal waschen. Wichtig ist dann nur, habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht nach dem Waschen, dass diese Naht hier rausschaut. Am besten, ihr föhnt euer Pony trocken und dann nehmt ihr die Haare von hier hinten, legt die so da drüber und hebt es kurz mit dem Kletteisen so fest. Und dann sind auch die Haare wieder über die Naht. Das ist gar kein Problem. Und dann müssen wir beim Kletteisen so feststellen.